Yo Leute und willkommen wieder auf meinem Kanal Inkev. Mal wieder ein Real Talk aus der Perspektive im Zimmer von Alpha Kevin, wo normalerweise meine Streaming-Kamera steht. Ja, heute geht es darum, was eigentlich aus der Meinungsblogger-Szene geworden ist. Also das Ding ist halt, das ist eine ganz spontane Aufnahme hier. Ich habe mir jetzt gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich dachte mir gerade eben so, klingt eigentlich interessant, könnte man eigentlich mal darüber sprechen. Weil es hat sich ja schon einiges geändert in der Meinungsblogger-Szene und ja, deswegen werde ich jetzt einfach mal ganz kurz darüber talken, was da eigentlich so meine Punkte sind. Und was ich wie sehe und ob ich finde, dass sich die Meinungsblogger-Szene verändert hat. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich finde die Meinungsblogger-Szene hat sich gravierend geändert. Also einmal, es gibt nicht mehr so viele Leute. Also Da Vinci ist raus, Mighty ist raus, Artikel 5 macht schon seit 10.000 Jahren keine Videos. Teilzeitdirektor macht ja nichts mehr, Jaffner Kennedy macht ja nichts mehr. Dementsprechend ist das ja schon ziemlich klein geworden. Achso, und Firegarden macht ja auch nichts mehr. Stimmt, Firegarden, der gehört ja auch noch mit dazu. Ähm, ja, also es gibt mittlerweile nicht mehr so viele Meinungsblogger, die ganz kleinen Meinungsblogger, also teilweise sehr, sehr kleine Meinungsblogger, die sind relativ cringe immer noch. Die hacken immer nur auf eine Person rum und das war's dann. Also zumindest bekomme ich immer mit, zum Beispiel, dass jeder gegen Reels ist, obwohl ich, ich habe keine Ahnung von Reels, also ich weiß jetzt nicht, was der so alles hochlädt. Ähm, aber ich bekomme da immer nur mit, dass darauf rumgehackt wird und irgendwie interessiert es mich einfach nicht. Ich gehe jetzt einfach mal darauf ein, äh, was so die Größeren machen, ja, also fühle ich euch jetzt bitte nicht verletzt oder angesprochen, äh, wenn ich jetzt sage, dass, äh, mich die Kleinen da nicht so interessieren. Ich kann nur sagen, wenn ich so mitbekommen und ich bekomme halt das mit von QDV, Just Nero, von mir und ja, mittlerweile gibt's ja gar nicht mehr so viele, mit denen man da noch was zu tun hat, außer noch mit Baku. Dude mit Maske ist ja sozusagen auch abgesprungen von der Meinungsblogger-Szene. Ja, kommen wir aber mal kurz dazu. Also ich finde schon auf jeden Fall, dass sich das, äh, drastisch geändert hat. Ich finde mittlerweile sind wir als Meinungsblogger-Szene ziemlich sehr zusammengewachsen. Also ich finde wir vier, Baku, Just Nero, Kunifa und ich, wir machen relativ viel. Wir schreiben viel in unserer Gruppe, wir kooperieren auch das ein oder andere Mal, was ich auch sehr cool finde. Und jeder geht auch irgendwie so trotzdem seinen eigenen Weg. Also es ist jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit nur aufeinanderhängen und ein Thema nach dem anderen durchkauen, was jetzt schon, also ich mache jetzt zum Beispiel kein Video, was Just Nero davor schon gemacht hat und QDV noch davor gemacht hat. Naja, also wir besprechen uns da relativ gut ab. Also es gibt wahrscheinlich schon öfter mal Doppelungen, wie zum Beispiel das Miki-TV-Thema. Grüße gehen raus übrigens an QDV, der Maiki-TV gesagt hat. Lost, der Typ. Ähm, ja, aber ich finde, die Meinungsblogger-Szene ist einfach wieder stärker geworden. Ja, ich muss sagen, es geht einfach wieder bergauf, also mittlerweile machen ja die Videos von QDV, von Just Nero, von mir, von Baku, die machen ja relativ gut Klicks und ich merke halt auch, dass es irgendwie wieder vorangeht. Zumindest merke ich das natürlich jetzt bei mir, momentan läuft ja mein Kanal super und ich merke einfach, dass die Meinungsblogs sich echt wieder relativ viele Leute gönnen. Viele Leute sagen auch, ja, mich interessieren Meinungsblogs nicht und es ist eigentlich Rotz, aber ich finde einfach die Art, wie du das machst, finde ich zum Beispiel ganz cool. Und ich finde einfach, das ist extrem nice. Also ich merke das jetzt bei mir zum Beispiel, die Leute, die feiern zum Beispiel diese unterhaltsame Sache, ne, dass ich jetzt mal Einbildungen mache, das finde ich schon mal mega cool, dass die Leute daran interessiert sind. Dementsprechend gucken sie meine Videos. Bei Just Nero gucken die Leute die Videos, weil die sehr interessant sind, ne, weil da viele Informationen rüberkommen. Er hat so seinen eigenen Stil. Bei QDV ist es so, der hat auch wieder einen sehr stumpfen und trockenen Humor und vor allem einen schwarzen Humor und da bleiben die Leute halt dran. Und bei Baku ist es so eine Mischung aus vielen Informationen und auch aus seiner eigenen Art und dementsprechend hat jeder seine individuelle Stärke, die er halt zum Vorschein bringt, damit sozusagen die Zuschauer auf den Kanälen bleiben. Und das finde ich halt momentan mega geil. Also es ist mittlerweile viel Abwechslung vorhanden bei unseren Kanälen und ich denke, das ist einfach das Beste, was derzeit sein kann. Also jeder bringt seine eigene Art mit rein und es wird jetzt nicht so monoton. Ich habe das ja damals gemerkt zum Beispiel, ich habe zwar anders gesprochen als ein Firegarden, aber mit diesen Gameplays im Hintergrund hat sich da kaum was unterschieden. Also da hat ein Firegarden in Mario Gameplay, äh, ja, warte, Gameplay? Mario Kart Gameplay hatte der im Hintergrund, stimmt. Und ich hatte halt dieses Cluster Truck Spiel. Wow. Und das war der einzige Unterschied. Sonst kamen auch immer nur so drei, vier Minuten Videos, wo irgendwie drei Informationen rüberkamen und das war es halt so. Da hat sich halt nicht viel geändert, beziehungsweise da gab es nicht viele Unterschiede zwischen uns. Und jetzt muss ich halt einfach sagen, dass ich das schon mal mega cool finde. Ich finde es auch cool, dass wir auch über Themen sprechen, die jetzt nicht unbedingt gehypt sind. Ja, ich merke das jetzt auch bei mir. Ich habe über Buri gesprochen, der ist ja auch nicht gehypt. Ich habe über Hashtag Joker oder über Buheri gesprochen, die sind ja alle nicht gehypt. Die Leute klicken auch mittlerweile auf Videos drauf, wo man sagt, das ist jetzt nicht themengebunden. Und das ist einfach das, was ich zum Beispiel bei mir schon immer erreichen wollte. Ja, ich hatte ja sonst eigentlich eine Community, die haben sich die Videos angeschaut, weil da ein YouTuber im Titel stand. Mittlerweile ist es so, ich könnte vielleicht auch sagen, der ist doof, klicken halt relativ viele Leute drauf. Liegt natürlich jetzt auch erstmal daran, dass ich relativ gut empfohlen werde, aber ich merke auch, dass meine Community halt mittlerweile immer mehr zusammenwächst. Das finde ich schon mal mega nice. Und ich denke, das ist momentan bei jedem in der Meinungsbürgerszene so. Ja, das geht glaube ich momentan jedem so. Und ich finde es einfach geil, dass diese ganze Szene immer größer wird. Jetzt nicht von den Leuten, die die Videos machen, sondern die Zuschauer, die dazu kommen. Und ich glaube, das ist einfach geil. Und ich finde auch den Support untereinander mega gut. Also, es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt sagen, ja, klickt mal auf das Video drauf oder klickt mal da auf das Video drauf. Ich finde es auch zum Beispiel geil, wenn wir jetzt zum Beispiel Livestreams machen, da wird mal ein Corona-TV geratet. Da wird mal ein Chasnero geratet oder Chasnero ratet mich oder Chasnero ratet Corona-TV. Das ist halt immer so ein Hin und Her. Und ich glaube, das zeigt einfach, dass wir uns gegenseitig auch einfach das Ganze gönnen. Ja, es gibt ja auch manche Szenen, ich weiß nicht, wie das so abläuft, die sich dann darüber beschweren, dass es da nicht läuft. Und dass die mir die Zuschauer wegnehmen und so weiter. Aber wir gönnen uns halt einfach die Zuschauer. Und das finde ich halt, ich finde, das ist eine richtig geile Sache. Mir macht das auch richtig viel Spaß. Und ich finde, so profitiert jeder von uns. Na, weil da bleibt mal ein Zuschauer hängen oder da bleibt mal ein Zuschauer hängen. Finde ich, ist eine geile Sache. Wir reacten ja auch auf unsere Videos. Und ich denke, das trägt halt alles dazu bei, dass die Meinungsblogger-Szene immer größer und immer besser wird. Beziehungsweise auch immer interessanter wird. Und ich finde auch, was man auch so im Laufe der letzten Jahre so gesehen hat, wir entwickeln uns übel gut weiter. Ja, also ich merke es jetzt bei mir. Ich entwickle mich auch komplett weiter, was mein Stil angeht. Ich weiß noch, vor einem Jahr habe ich so Videos gemacht. Ach, keine Ahnung. Kannst du eigentlich schon fast in die Tonne hauen. Wobei, ich muss sagen, vor einem Jahr die Unterhaltungsvideos, das war ja nochmal ein anderer Stil. Aber ich sage mal, vor zwei Jahren mit diesen Gameplay-Videos, kannst du halt in die Tonne hauen. Ja, das finde ich jetzt auch nicht mehr wirklich interessant. Wenn ich mir meine jetzigen Videos angucke, muss ich sagen, Alter, da ist eine, das 180 Grad beschreibt es gar nicht, wie ich mich da geändert habe. Mein Humor ist anders geworden. Ich baue viel mehr Sachen in die Videos ein und ich lasse mir auch mehr Zeit für die Videos. Sonst habe ich immer so auf Druck gearbeitet. So immer ein Video nach dem anderen raushauen. Hauptsache, ich bleibe aktiv. Hauptsache, YouTube empfiehlt mich irgendwie. Also man hat ja immer so den inneren Stress. Mittlerweile sieht es halt zum Beispiel bei mir so aus. Ich mache ein Video, dann nehme ich mir einen Tag Zeit, entspanne erst mal und dann fange ich wieder an, ein Video zu machen. Natürlich habe ich immer nur Vormittagszeit, weil abends muss ich dann streamen und alle zwei Tage möchte ich dann natürlich auch noch mit meiner Freundin einen Film abend machen. Ist dann natürlich auch immer ziemlich anstrengend, aber das bekommt man auf jeden Fall schon hin. Und ich denke, wenn da die Routine drin ist, ist das halt noch ein Stück weit entspannter. Ja, auf jeden Fall finde ich, dass es sich schon ziemlich gut eingepegelt hat, was die Videos angeht. Ja, generell so in der Gruppe. Und mir macht es mittlerweile richtig viel Spaß. Und ich glaube, man sieht es halt auch an Chasner oder auch an KuchenTV und Baku, dass die sich auch immer weiterentwickeln und dass es immer besser funktioniert bei denen. Ja, ich gucke mir mittlerweile auch viel lieber die Videos von KuchenTV an, als vor einem anderthalben Jahr, wo er ja noch, keine Ahnung, wo er auch noch irgendwelche Bilder im Hintergrund hatte, die einfach nichts bringen. Ja, die einfach weder Unterhaltung bringen, noch bringen die Informationen rein. Es ist einfach uninteressant. Und wenn du dich halt vor der Kamera zeigst, bist du als Person schon mal zu sehen und die Leute können sich mit dir eventuell identifizieren und die gehen auch mal rüber in Streams. Ich merke das auch jetzt mittlerweile. Das ist übrigens auch mega heftig. Hat zwar jetzt nichts wirklich mit dieser Meinungsblogger-Szene zu tun. Aber ich merke gerade eben, wie viele Leute einfach auf Twitch mittlerweile bei mir sind. Also seitdem mein Kanal empfohlen wird und seitdem ich auch die Videos vor der Kamera so gestalte, wie ich sie gerade gestalte, ich habe ja auch mittlerweile immer mein Gesicht mit dem Thumbnail, das ist auch noch lustig, das funktioniert ja ganz gut. Seitdem habe ich einfach im Durchschnitt über 120 Zuschauer bei Twitch. Ich hatte übrigens vor einem Monat, das ist kein Scheiß, ich hatte am 13. oder 14. Oktober, hatte ich im Durchschnitt 40 Zuschauer. Und eine Woche später hatte ich im Durchschnitt 120 Zuschauer. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist absolut krass und vor allem sind das echt Leute, die in den Chat reinschreiben, die aktiv sind, die mir Support geben, die auch mal ein Abo da lassen, was weiß ich. Das ist einfach, keine Ahnung, das ist einfach heftig. Ja, das ist einfach mega heftig. Ich hätte niemals gedacht, dass es innerhalb von so einer kurzen Zeit so heftig werden kann. Und ich glaube, das ist einfach, das könnte auf jeden Fall gut werden. Auch für die nächste Zeit, auch für die Zukunft. Ich glaube, was Besseres hätte mir nicht passieren können, als dass es so im Oktober so krass losgeht. Ja, also ich weiß nicht, das Ding ist halt, wäre das jetzt im Juli losgegangen oder im Juni, keine Ahnung. Ich war da noch nicht so extrem zufrieden mit meinen Videos. Ich fand die schon deutlich besser als davor, aber die Qualität war noch nicht so gut. Und jetzt, wo die Qualität gut ist, wo ich mehr Humor mit einbringe, jetzt bin ich auch mega zufrieden mit meinem eigenen Content. Und dass das jetzt auch noch so empfohlen wird, das ist natürlich doppelt geil für mich. Ja, und durch die ganzen Sachen kann ich mir natürlich auch einiges mehr finanzieren. Zum Beispiel habe ich mir eine Kamera gekauft, die Sony Alpha 6400, dann noch so ein Mikrofon. Das hat aber einen Wert von 1500 Euro. Und ohne diese ganzen Sachen, ja, hätte ich mir das niemals holen können. Ja, hätte ich mir niemals eine Kamera holen können. Deswegen ist das einfach für mich das Beste, was passieren konnte. Und da bin ich natürlich auch jedem dankbar, dass das alles so explodierte, sage ich mal. In diesem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart und ja, haut rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wie heißt es so schön? Ich denke schon an das Wänkchen, euer Alpha Kevin und ciao. So, wo ist denn jetzt der Aufnahmeknopf?